Einen wunderschönen, verregneten wünsche ich euch, oder ne, wünschen tue ich euch das nicht, es regnet wirklich, das ist einfach nur eine Tatsachenbeschreibung. Wie auch immer, schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir leben immer noch, wir leben immer noch. Die Frage ist nur, ob wir überleben, ja. Da reden wir gleich nochmal drüber, wie da so meine Einschätzung, Gefühlslage und so weiter aussieht. Dann habe ich noch ein paar Stets zum Freiburg-Spiel, auch noch eine Statistik, die so saisonübergreifend ist, aber vielsagend. Dann habe ich Dennis Hussein Basic auf der Karte, Chabu auf der Karte, heute ist Trainings frei, morgen bin ich wieder am Geistburgheim, falls mich einer sucht. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, dann können wir direkt anfangen. Erstmal vielen, vielen Dank für mittlerweile 1800 Abonnenten, die wir jetzt geknackt haben. Absoluter Wahnsinn und das trotz der tristen Zeiten rund um unseren 1. FC Köln, wo es ja überwiegend negativ behaftete Themen sind. Ja, trotzdem freue ich mich über jeden, den es interessiert hier und ja, ist auch echt eine coole Community, kann ich nur immer wieder sagen. Das nochmal an der Stelle losgeworden von mir. So, gehen wir mal rein. Ja, wie gesagt, wir leben immer noch, die Frage ist nur, ob wir überleben und diese Saison ist ja auch vollkommen gestört, muss man ehrlich sagen. Das ist ja Wahnsinn, was da wieder passiert. Dass du mit 24 Punkten nach 32 Spielen immer noch rechnerisch die Chance hast, drin zu bleiben und die Betonung liegt auf rechnerisch. Ja, ich habe die Ergebnisse gestern zur Kenntnis genommen, finde aber, das hilft uns alles nichts oder nicht weiter, wenn du deine eigenen Spiele nicht gewinnst. Und ich bin halt so einer, der sagt dann immer, du musst erstmal deine eigenen Hausaufgaben machen, bevor du auf andere schaust, wenn du überhaupt auf andere schaust. Und gerade so in den letzten drei Spielen, muss man sagen, haben wir unsere Hausaufgaben einfach nicht gemacht. Wir haben gegen Darmstadt 0 zu 2 verloren, Mainz 1 zu 1, Elfmeter verschossen und so weiter. Ja, in Summe, okay, gerade die letzten 20 Minuten waren echt stark, aber gegen Freiburg hast du es halt auch nicht geschafft, das Tor zu machen. Ein Spiel, was du unbedingt oder ja, auch vom Spielverlauf hättest gewinnen müssen, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und auch das schaffst du nicht und hast deine Hausaufgaben bis dato eben nicht gemacht. Ich bewundere aber jeden, und das meine ich auch wirklich komplett ernst, so wie ich es sage, der trotzdem noch die tiefste Überzeugung hat und Hoffnung hat, dass das noch was wird, die dann den Tabellenrechner auspacken, die dann Hochrechnungen betreiben und dann rechnen, wie die Ergebnisse laufen müssen, damit es am Ende des Tages doch noch was wird. Wäre ja auch schlimm, wenn das jetzt alle so sehen würden wie ich, denn ich bin jemand, der kann das jetzt nicht. Ja, ich bin da einfach, ich kann das einfach nicht. Ich gucke mir am Samstag das Spiel an gegen Union und das ist das Einzige, was mich interessiert, was dann in 90 Minuten auf dem Platz passiert, was davor passiert, danach passiert, stand jetzt, interessiert mich gar nicht. Außer morgen beim Training, da bin ich natürlich dann auch wieder dabei, das interessiert mich dann schon. Aber ich kann diese ganzen, diese Rechnerei nicht mehr. Ich weiß nicht, ich wäre da echt müde von und wahnsinnig von, aber wie gesagt, bewundere jeden, der das macht, der das kann und das dann immer wieder ausrechnet, das wollte ich nochmal gesagt haben. Bei mir ist das so, ich gucke dann auf die Tabelle, sehe den Rückstand, was wir dafür brauchen, damit es noch was wird und komme zu dem Ergebnis, dass es einfach maximal unrealistisch ist. Klar, im Fußball ist alles möglich, aber das allein, dass im Fußball alles möglich ist, überzeugt mich nicht. Und, ja, so leid es mir tut, ich weiß, ich mache mich da bei dem einen oder anderen Fan wahrscheinlich nicht gerade beliebt, aber was soll ich euch sagen, ich will euch da jetzt auch nicht irgendwie was vormachen. Das so, ja, meine Wahrnehmung, meine, ja, Stand der Dinge, Überzeugung und so weiter, ne. So, dann Statistiken zum Freiburg-Spiel, also insgesamt 19 zu 4 Schüsse, davon waren 7, die aufs Tor gingen, 7 zu 1 Ecken, 29% Flankengenauigkeit. Auch wenn die Ecken jetzt größtenteils dann in den Strafraum geschlagen worden sind, ist es aber dennoch so im Ergebnis, dass wir auch aus Standardsituationen viel zu wenig rausholen. Wir haben ja schon spielerisch große Probleme, gerade im letzten Angriffsdrittel dann wirkliche Chancen zu kreieren, kommen wir auch gleich nochmal zu. Da musst du halt wenigstens schauen, dass du zumindest bei den Standards irgendwie Gefahr erzeugst, aber das tun wir ja auch nicht, sowohl bei den Ecken als auch bei den Freistößen aus dem Halbfeld. Auch da passiert ja wenig bis gar nichts. Das ist ja auch nochmal ein Problem, was da oben drauf kommt. Wenn man auch mal schaut, XG-Wert war ja insgesamt bei plus minus 1 bei uns, ne, je nachdem auf welcher Plattform man schaut, mal ist er unter 1, mal ein bisschen über 1, ja, also plus minus 1. Und wenn man jetzt aber mal schaut, XG pro Abschluss hatten wir jetzt im Schnitt gegen Freiburg einen Wert von 0,04 und das ist verdammt wenig. Heißt zwar, ja, wir nehmen zwar viele Abschlüsse, allerdings halt auch aus nahezu aussichtslosen Positionen, schlechten Winkeln und so weiter, viele Verzweiflungsschlüsse mit dabei. Also 0,04, XG-Wert pro Abschluss ist schon verdammt gering. Wenn man diesen XG-Wert pro Abschluss auf die Saison nimmt, sind wir da auch, dahingehend auch auf Platz 18, ne, da haben wir den schlechtesten Wert ligaweit, was das betrifft, ja. Dann gibt es aber noch ein paar erfreuliche Statistiken, allen voran in Persona Denis Husenbasic, der war ja für mich so ein bisschen so, ja, Mann des Spiels bei uns. Und dann haben wir, habe ich dann so ein bisschen den Eye-Test gemacht, ja, und das lässt sich tatsächlich auch statistisch belegen. Husenbasic hatte gegen Freiburg eine Passquote von 86%, wirklich stark, denn der Durchschnitt lag bei uns bei 77%, also er ist überdurchschnittlich da gewesen. Vier herausgespielte Chancen, elf Pässe ins Angriffsdrittel, ja, und elf Wiedereroberungen, so. Also Husenbasic auch rein von der Statistik her ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann gab es noch ein bemerkenswertes Zitat oder Aussage nach dem Spiel von Farid Alidou, ich denke mal, ihr habt es dann wahrscheinlich mitbekommen. Ich sage jetzt erstmal nochmal, was er dazu gesagt hat nach dem Spiel. Das Tor hat am Ende gefehlt und wir sind trotzdem zufrieden mit dem Punkt, aber wir hätten natürlich gerne die drei wichtigen Punkte hier bei uns zu Hause gelassen. Beim nächsten Mal mache ich den Halt rein, den Ball, also er meint diese vergebene Chance in der zweiten Halbzeit, wo der Tickets ihn dann aufgelegt hat. Und ja, natürlich muss man immer sagen, so nach dem Spiel ist es immer so ein bisschen schwierig, da kann man das auch nicht so streng nehmen, wie ich finde, so Field-Interviews nach dem Spiel. Ich weiß nicht, wie er jetzt heute darüber denken würde, aber trotzdem steht die Aussage und wenn man das so liest, wir sind trotzdem zufrieden mit dem Punkt, da könnten jetzt böse Zungen behaupten, ja, dann wundert einen auch gar nichts mehr. Weil du kannst ja niemals mit einem 0 zu 0 zufrieden sein, ein Spiel, was du hättest gewinnen müssen, sowohl vom Spielverlauf her, erst recht aufgrund der Situation, in der wir sind und dann dazu sagen, wir sind mit dem Punkt am Ende des Tages, also wir, nicht ich, sondern wir sind zufrieden mit dem Punkt. Schwierig, ja, schwierig. Ich will dem Jungen nix, weil Farid Alidu ist ja schon so ein Spieler, den ich ja mittlerweile eigentlich ganz gerne sehe und mag, aber das ist halt nur meine Meinung, die Meinungen gehen da natürlich auch auseinander, aber ich sehe ihn ja jede Woche beim Training und ich sehe auch, was er kann, was er für Anlagen mitbringt, technische Fähigkeiten und so weiter. Eigentlich auch Abschluss zumindest im Training, in Trainingsspielen zumindest, ja, da waren ja letzte Woche auch einige Knaller dabei, aber so zu sagen, ja, mit dem Punkt sind wir zufrieden, schwierig, weiß ich nicht, ja, und wenn man das dann so liest, dann wundert einen ja auch nichts mehr, kann man sagen, ja, das nochmal zu diesem Punkt. So, dann haben wir noch Jeff Chabot auf der Karte, der hat sich ja gegen Freiburg verletzt, beziehungsweise musste ausgewechselt werden, das ist aber schon in der ersten Halbzeit passiert, er hat dann aber noch durchgehalten, erst in der 57. Minute ist er dann ausgewechselt worden, wegen Schmerzen oder Problemen mit dem Oberschenkel und laut Bild ist es jetzt so, das ist jetzt so die erste Quelle, die ich da gefunden habe, dass es nach genaueren Untersuchungen jetzt Entwarnung gibt. Es ist wohl keine strukturelle Muskelverletzung, wir hatten ja schon befürchtet, dass es vielleicht irgendwie ein Muskelfaser ist oder so, was dann natürlich bedeutet hätte, dass es wahrscheinlich das letzte Spiel von Chabot im FC-Trikot gewesen wäre. Danach sieht es jetzt erstmal nicht aus, ähm, keine Ahnung, was es ist, ja, das wurde jetzt nicht gesagt, wir wissen halt nur, was es nicht ist, ja, das eben zu Chabot, also wohl nichts Strukturelles, aber dieses Wort nichts Strukturelles ist ja bei uns auch schon, gerade im letzten Jahr so ein Unwort in Köln gewesen, nichts Strukturelles, und dann ist am Ende des Tages doch zwei Monate ausgefallen, äh, also jetzt nicht Chabot, aber andere Spieler, naja, hoffen wir mal, ich bin mal gespannt, ob ich ihn morgen auf dem Trainingsplatz sehe, werde natürlich dann auch sofort berichten, wenn ich ihn sehe und, ähm, ja, mal gespannt, wie ihr das Ganze so seht, einschätzt die Situation, wird das noch was, wird das nichts mehr und dann würde ich sagen, hören wir uns und sehen wir uns dann am Mittwoch wieder mit den Trainingsanrücken. Bis dahin, euer Pierre.